Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne ein Solero-Dessert machen und zwar in unserem großen Baker. Also ich habe hier schon mal Viersiche in kleine Würfel geschnitten und habe die schon mal auf den Boden gelegt. Dann brauchen wir den Thermomix für die Creme und dann habe ich hier Viersichsaft und Agartine. Die werde ich aber gleich, das zeige ich euch nicht, das werde ich auf dem Herd eben aufkochen, um das nachher als Topping oben drauf geben zu können. Für die Creme brauche ich Schlagsahne, Zucker, Mascarpone, Buko, Quark, Vanilleextrakt und Sanapart. Ich werde als allererstes die Schlagsahne, die geben wir in den Mixtopf. Dann nehme ich immer so unsere Scraper, weil dann kann ich das immer schön leer machen und dann bleibt auch nichts oder fast nichts über. Wir wollen ja nichts wegschmeißen. So, das stellen wir zur Seite und dann kommt das Sanapart dazu. Und dann werde ich das kurz ein bisschen steif schlagen. Ich glaube, wir nehmen den Schmetterling mal am besten dazu. So, den Schmetterling setzen wir einmal kurz ein. So, dann kommt der Mixtopf drauf, der Deckel. Und dann werden wir auf der Stufe 3 das aufschlagen. So, bei mir hat das jetzt 2 Minuten 19 gedauert. So sieht das aus. So, also sie ist schön steif geworden. Ich werde mal einmal kurz den Schmetterling wieder da rausholen. So, dann gebe ich alle restlichen Zutaten dazu. Also hier habe ich einmal den Bucco. So. Dann den Quark. Den Zucker. Und die Mascarpone. Also der Mixtopf ist wirklich sehr gut gefüllt. So, und dann kommt noch Vanilleextrakt dazu. Und dann kommt der Mixtopf-Deckel wieder drauf. Und dann werde ich das so 45 Sekunden auf der Stufe 4 mal unterrühren. 45 Sekunden Stufe 4. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mit unserem Spatel mitgeholfen, weil der Thermomix sehr gut gefüllt ist. Also wie ihr sehen könnt, der ist wirklich bis oben hin voll. Und damit sich das einfach ein bisschen besser verteilen lässt, habe ich einfach den Spatel dazu genommen. So, dann werden wir mal kurz die Creme probieren. Ob die mir... Mh, sehr lecker. Ob die süß genug ist. So, dann nehme ich mir hier unseren großen Baker und belege damit einfach, ja, unsere Pfirsiche. So. und dann werden wir das einfach schön glatt streichen dazu werde ich mir aber gleich einen anderen spatel nehmen oder ich werde mir auch gleich sonst ein streicher von uns nehmen weil der spatel von thermomix der ist so fest aber wenn ich das jetzt gleich hier leer habt dann hole ich euch wieder dazu ich sag mal bis gleich so wie ihr sehen könnt ich habe jetzt die creme hier mit unserem kleinen streicher gerade verteilt ich werde jetzt mal kurz auf dem herd etwas von dem Pfirsichsaft nehmen und werde ihn mit der Agatina verrühren dann lasse ich den aufkochen dass der mindestens zwei minuten sprudelnd kocht und dann gebe ich den rest der flüssigkeit hinzu und dann verteile ich das hier gleich mit euch zusammen in unserem großen bäcker und dann sage ich mal bis gleich so ich habe mir gedacht ich nehme euch mal kurz mit also ich habe das jetzt hier zwei minuten sprudelnd aufkochen lassen ich gebe jetzt den rest hier dazu rühre das kurz unter so rühre das noch mal kurz unter und gebe das dann jetzt hier gleich auf unseren baker und dann wandert das ganze für mindestens drei stunden in den kühlschrank so ich habe das jetzt noch mal gut verrührt mit unserem schneebesen und jetzt gebe ich das hier einfach drüber so und das stellen wir jetzt in den kühlschrank und lassen das einfach kalt werden und ich hänge euch nachher ein schönes foto an wie das bei mir nachher angerichtet aussieht und freue mich auf einen daumen nach oben unten in der infobox findet ihr auf jeden fall meine homepage und auch das rezept verlinkt und dann sage ich mal bis zum nächsten mal tschüss so 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 so